Jemand hat auf dem Bahnsteig gekackt. So kommt der Betrieb komplett aus dem Takt. Da wollte man zum Spiel vom HSV, steht auf Gleis 5 und holt sich für die Fahrt noch was zu trinken aus dem Snack-Automaten. Klebten da nicht wirklich Kot-Reste an der einen Wand neben dem Automaten? Naja, zum Glück hat Hamburg gegen Bielefeld 2 zu 1 gewonnen. Sehr schöner Bahnhof. Ich schaue mir nachts gerne die kostenlosen Wrestling-Kämpfe zwischen den Obdachlosen und den Alkoholikern an, während ich mir bei Florian in Döner reinorgel. Das Gute ist, dass man hier schnell wegkommt, vorausgesetzt die Züge kommen pünktlich.